Das Torverhältnis ist wichtig. Schön angenommen von Kronhaus. Kronhaus gegen Kasemann. Sie sehen, er drängt ihn ab, holt sich da durch das Wegerecht die Linie, aber der Ball geht leider ins Haus. 6 Sekunden noch. So, während sich hier Tommy Winter mit dem Schiedsrichter ein bisschen auswechselt, würde ich gerne nochmal unsere offizielle Eventpartner begrüßen.